jo moine leute herzlich willkommen zu den bonus prediction äh zu den predictions zu kreisliga mit dem bonus prediction hat angefangen erster spieltag saison 20 22 23 los geht's heute um 19 uhr fc germa to wormeln verliert gegen sg erkenhemsen 2 zu 5 dann und übermorgen um 15 uhr fg marien mönster rieschnau gewinnt gegen tust lüchtring mit 3 zu 2 dann eine abgesagte partie fc stahle gewinnt gegen sg warburg karl kallenberg klammer auf zzg klammer zu 1 zu 0 dann sg keine abgesagte partie mehr sg bühne kürböcke unterliegt tic brakel mit 2 zu 6 dann ssv albachsen spielt gegen sg scherwerder rimbeck frixen spektakel 3 zu 3 spielvereinigung brakel 2 gewinnt gegen tsc steinern 2 zu 0 fc blauweiß weser verliert gegen sg spielvereinigung egge 1 zu 2 und ssv brenborn gewinnt gegen tust hinbeck mit 3 zu 0 so dass was mit dem prediction zum ersten spielte kreis liga a saison 20 22 22 23 so wenn es das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abon da nehmt die glocke die nicht vergessen zog die wen da verpasst ihr keine benachrichtigung auf diesem channel und bis dann gut geht tschau genau ja 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 Bis zum nächsten Mal.